ARD Text im Auftrag von Funk Das ist ein Witz, Mann! Der rennt auch durch, hat auch kein Bock in die zu kämpfen Ja, der ist nicht doch perfekt mit dem Ausweichen von den Scheiben Scheiß, Eimern, was auch immer die da nach mir werfen Jetzt fährt der Faschel aber glaube ich wieder runter Ja Sie müssen mich jetzt verarschen Dipp, Dipp, Dipp! Dipp dann auf ein neues wieder da hochgehen wo ging es denn hier überhaupt hoch da lang na ja die treppe wäre schon ganz nice wenn man die nehmen würde ich kann es denn dass du nicht getroffen wurdest du scheiß köder nein ich fühle die schlampen eigentlich ganz gerne dauernd kriegen da oben irgendwie sie haben nicht zufällig irgendwie feuerschadensminderung könnte ich eigentlich futtern ah guck mal da versteckst du die kalte resistenz immer so schlecht um ja das war nummer eins au ey komm kann man schon vergessen dass ich zu dir komme da vorne kann das natürlich auch noch einer zwei sogar drei erst mal weiter gucken was findet man hier denn sonst noch abgesehen von gegnern flints ring was kann der verringert belastung erhöht körperliche angriffe na gut dann habe ich ja soweit es einfach mal würde ich schätzen alles aufgesammelt oder kann ich hier noch drauf und da irgendwas einsammeln das probiere ich nachher bevor ich jetzt aber gleich drauf gebe ich erstmal noch da unten das eine ding da einsammeln damit ich bei den hässlichen schreckschrauben nicht mehr vorbei muss 45 also diese nachricht die läuft echt verdammt gut versucht feuer vorsicht vor monster vorsicht vor feind ja das ist die eine stelle wo der tipp da von hinten angesprungen kommt was sind item der vier stück alter also für menschliches hart ist zur hölle menschliches was soll ist menschliches hart fügt der woche dunkelheit dunkel hinzu also quasi das was meine axt für einen effekt hat also der effekt der meine axt hat wird hier quasi hinzugefügt ok also für mich derzeit uninteressant gut 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 na bin ich mal gespannt kann ich hier rauf ja das sieht mir auch danach aus dass ich hier hin kann da ist sogar was da runterspringen will ich ehrlich gesagt nicht da geht es doch bestimmt noch einen anderen weg heimatknochen sehr schön kann es sein dass meine rüstung so leicht blutig schimmert ja das ist ja mal geil das sieht das besser aus und die grafik höher stellen ich stelle es einfach mal auf mittel wenn es dann noch mal starke frame einbrüche gibt weiß ich ja wieso was hat warum ich muss also quasi hier runter springen ah ne ich sehe schon ja sehr schön ausdauer regeneration ist doch immer was tolles habe ich aber eine fat roll scheiße ähm ne guck mal jetzt geht es schon wieder ein bisschen optimieren und dann läuft der hause wieder bin zwar nicht der schärfste wenn es ums untot sein geht aber was solls die nachricht ist dann sogar die ich da hinten geschrieben habe oder kann ich ja gleich mal nachgucken da wo noch andere nachrichten mittlerweile stehen ich verstehe die nachricht nicht ich verstehe die nachricht echt nicht hier gibt es also nichts hat nur so also die nachricht dachte ich hätte da was anderes noch gesehen gehabt aber gut dann habe ich nicht jetzt auch nichts da ist noch ein item versteckt natürlich trifft die mich voll das war total lebensmüde ja weißt du diese dass die hunde auch so unfassbar weit weg geschleudert werden ist auch so unfassbar dumm ich verstehe es einfach nicht ach komm alter jetzt ne ne mit so viel schaden brauche ich gar nicht mehr zu probieren gerade aber ich will jetzt den boss angehen weil sonst gibt es jetzt ja nicht mehr wirklich viel für mich zu holen ich glaube ich habe hier alles gerade abgegrast außer halt klar diese eine Eis die ist eine Eismonster da aber gegen das sehe ich meine Chancen gerade eh schlecht von daher probiere ich jetzt erstmal mein Glück gegen das gegen den Boss ach komm fuck you Alter Alter Das war's. Nice. War wieder schön gebacksteppt. Ist der Schatten hier gerade nicht an? Na doch. Ich höre nur so, als wäre es aus. Jetzt nochmal gucken. Das hier dürfte meine Nachricht sein. Ja. Alter, die ist echt gut, Frau. Die ist echt gut. Was ich vorhinter halt. So, so. Die haben bestimmt auch alle die selber benachricht. Da sind die Leute auch schon recht oft gestorben, wie es aussieht. Ja. 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 Ey, come on! Oh, 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 oh! Natürlich! Was hast du für eine Reichweite, du fette Sau! Alter, willst du mich grad voll verarschen? Kannst du vergessen, Mann! Fette Bitch! Scheiß Robe kannst du auch behalten! Jetzt hab ich ja wieder nix zum heilen, wenn ich zu dem Scheiß-Boss geh! Ja, dann seh ich wenigstens, wie der ungefähr so tickt! Das war nicht dasselbe, aber scheiß drauf! Copyright Untertitel以ide ZDF, 2020 Und das war nicht nur noch so tickt! Ja, 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 das war nicht nur noch so tickt! Dann seh ich immer wieder so tickt! Bis zum nächsten Mal.